hey leute willkommen für eine äh ja hier bei einer neuen folge minecraft ähm wir spielen CSGO ja auch in minecraft ich weiß es selber nicht genau es ist ja auch mein blacks ja ja und ich glaube das war es und es fällt sich immer an und es ist 4 Uhr nachts 5 5 5 und das auch die Anziehung ist und dann gleich wird es ohne und die Gäste nicht auf dem Bioden krecher auch BG hat getrückt aber Lohr oder ich will den 90 ich will sich in Arme die wie die Kanzel ist was macht man nicht ich habe immer wieder 50 gekauft die wir sind es gemacht Buschern wird auch sagt der Kostmann schütteln die Kirche SGB ich finde Teil getreut er war spielig gerade zieht ihr oder sie anlässt bei B der Lager-Lager-Lager was dann verkehrt dass sie mir blau oder rot ist blau sonst und dort gibt es ja so ich lade ich nach nein es ist oder wo wurde er geplant ist aber mehr okay aufzunehmen ich bin heute ja klar nur ich bin ja die euch kommen dass die sieben die sieg voll gut aus und die letzte es ist ja so schön ist immer geil haben die zählt im d90 ich bin lang er lang einer ja ich habe ich bin er hat mich mit der p90 die 0 er da ohne p90 etwas für ein mungo voll geil gemacht achtung da kommt einer er kann da von Eiko heißt wir wollen er hatte eine und langt in meiner langen und die die Karte hat sich von die diesmal gab auch eines und ohne jetzt der Kettler und ja ich glaube ich denke es war dass ein Helmhau-Fahrt er 0 aber er ist mit das Leben ist mitbringt Daniel Kahn die Akademie die Kohle habe ich nicht und die Akademie jetzt bin ich auf der AWP ich habe auch die Alter ich habe auch die T wie kann ich anvisieren mit Schiff mit Schiff anvisieren geht gar nicht doch mit Schiff also mit der AWP keiner geht B sollte mal einer B gehen toll was ist jetzt A clear A clear jawohl Ich hab ne Flashbank gekauft. Kann man eigentlich nicht sprinten? Doch, Doppelweg. Ganz normal. Ich hab ne Steuerung. Oh lol, ich bin geflasht oder so, weil ich seh ich nicht alles schockt. Sorry, das war von mir. Keiner schockt, äh, keiner lang. Keiner schockt, kein B. Ja, das ist ein B, Doppel-Doors-B. Alter. LOL. Shit, ich bin tot. Alter, ist echt voll geil gemacht. Ja, ich krieg die ganze Zeit schnell zum Nachladen. Geht, das geht gar nicht. Bei B haben sie geblendet. Ja. Alter, wer lebt denn noch? Ich. Bistest du? Nee, das Fenster beim Fenster-B, oder? Juni ABP, oder was? Ähm, Loch hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, los. Der ne Shotgun. Also, Danny kommt, Danny kommt, zeig den jetzt. Alter. Ich hab grade anvisiert, so, oder? Mann, Danny. Dafür hab ich jetzt ziemlich viel Kohle. So, was kauf ich denn? Gibt's denn ne gescheite Waffe? Ja. Ich geh's mal, ich geh's mal. Das müssen wir richtig spielen. Das müssen wir richtig spielen. Der schießt da die ganze Zeit durch. Was, man kann hier durch was durchschießen? Nee, durch die Double Doors. Ja, schaut. Bei B ist ein 2. 3. Ich push, ich push, ich push. Die kommt zu A. Ja, äh, CT, es war ein CT. Shit, ja, Spawn. Der ist halt nicht. Allsinn. Alter! Heiko! Alter, oh man, der Shit! Leute! Will jemand ne M4? Nee. Nee, ich hab schon. Kann 3 sagen. Ich geh A-Short. Da liegt ne M4. Aber die ist richtig, richtig geil gemacht. Vor allem die Sounds sind ja wirklich original, oder? Einer ist Short. Äh, lang. Einer ist weg. Was ist denn da Sounds dabei? Ja, klar. Ich hab kein Tod davon. Die Bombe liegt hier, die Bombe liegt hier, die Bombe liegt hier. Bei A-Short. A-Short. Oh, ich hab ihn. A-Short, A-Short. Okay, ich komm. Was, die kommen Short? Nein, die liegt Short. Nein, die liegt Short. Warte, wo kommen die Schüsse her? Aber es ist ein... Von A-Short. A-Short. Also man kann sich orten hier, wo es herkommt. Warte. Warte? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Da merkt man ein bisschen CS-Go-Erfahrung. Nicht ohne Scheiß. Das merkt man voll. Ich hab jetzt Kevlar, Entschaffungsgeld, alles. das die wendel und mutter den richtigen tun wo schießen die was denn bei uns der Prozent es gibt es nicht, ich habe einen mitgenommen 1 als A 2 A was? 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A genau bei A wie schnell man fliegen kann wenn man Steuerung drückt ja schnell Alter wie füß, wie füß, ich sag dir wenn sie kommen hau einfach mit eh oder so Alter wie denn dort ist Füß, hau einfach drauf Loll weg ich brauche ein Diffuse-Skill ja wahrscheinlich gar nicht zum Glück da ich bin wieder A ich bin wieder A ich bin wieder A das ist ein echter Sound nicht ganz genau aber aber schon ziemlich ich bin wieder B ja weil du bist schneller wenn du live in der Hand hast echt mhm hinten alle B alter leck mich oh der hat ne A aber der hat ne direkt A aber quer Leicht für ich bin jetzt noch sagt, Go Im nächsten ich bin wieder 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 um ich hab mal ein paar mal die glaubens glaube ich gar nicht ich habe einen gemessert das war so clever weil mit dem Messer ist man ja echt schneller what the shit Alter das ist so geil gemacht das ist richtig geil gemacht es ist halt kurz vorwärts das ist keine Bilder oder gibt es auch Ruhiggeber erwartet der GZB er geht grad hoch zu B er kommt wieder zurück erst hat das unten unten Kater ist das Katastrophe da wird das aber das und die Mitte da wird die neue zu gehen aber ja ich nehme aus Schott und einer ist oben im Fenster, wenn du was wo ja, bei B ja, bei AUSB ja, bei AUSB ich hab nur scheiße oh oh ich darf schon nicht mehr ach, leck mich defused, man einfach drauf halten, nix machen nix, nicht mal klicken oder so ne, ich rush jetzt mit einer P910 ne, mal ne P910 da hab ich jetzt ne AWP und ne CZ und erquippt LOREL 2B 2B Blenden B Blenden B in Immobil 2B ABEIN joi, wo bist du ABE einer geht jetzt Double Doors in der Mitte Aiko Aiko der ist links, hinter dir der, ähm hä, wo war der denn der kam gerade seit dem Double Doors ja oh man der 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 oder m der der Nö, äh, ich kaufe mir das bitte. Wir haben so viel Geld. Ich weiß gar nicht, wo das Geld steht, also... Ja, meine Flammas. Jetzt müssen wir öfter spielen. Eine A lang weg. Oh Gott. Passt schon, passt schon. Nein, 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 nein. Polizisten, oh, kein Ers. Ich guck mir zu. wie sieht man die Kielstürmer nicht Kappi alle einer ja zwei er hat mir Herr da um das mit der SG-Alter alles sei besser äh es sind 1 2 2 b und 3 b der Perfekt wer ist lautet die dann Prozent 3b 4b Mord der Fahnen Prozent und er hat einen ich will nicht lassen bleibt da jetzt weiß wo ich hab 10.000 Lager das ist durch die Erste genommen wie eine echte Wunde er wird eine B ein bisschen Arsch die Pusse Misse eine Fresse in ein Team mit der Arme er hat zwei B eine Bombe die Bombe liegt hier Achso, okay. Heiko, komm her! Heiko, komm her! Ich komme nicht doppelt los! Ja, wahrscheinlich trifft er mich da auch noch. Mit einer P-250. Boah, ich bin zu dritt bei B. Ich bin zu zweit noch. Ich bin zu zweit noch. Es ist halb fünf. Ich habe die Bombe genommen. Die Bombe hat getötet. Ich wollte das eigentlich irgendwie... Alter, aber warum habe ich das jetzt... Ich wollte das als mein Status machen und nicht... Hey, ich habe zwei gegen eins gemacht. Abstritt. Achso, eigentlich bleibt ja einfach stehen. Die Zuschauer denken, es ist nur... was macht der Spaß zu tun. Okay, bis morgen. Also, ich finde, es ging richtig. Also... Lass abos sagen. Lass abos sagen. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Lass abos sagen. Ja, ciao.